Super. Dann darf ich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des VfL aus der Brücke gegen den MSV Duisburg. Ich begrüße Pavel Dotschev, Trainer unserer Gäste und Daniel Scherning, Cheftrainer des VfL aus der Brücke. Natürlich hat heute der Gast das erste Wort. Herr Dotschev, bitte. Ja, ich denke schon, dass wir heute ein sehr intensives Spiel gesehen haben. Sehr emotionales Spiel von beiden Seiten. War sehr, sehr hitzige Atmosphäre, aber ich denke unterm Strich, dass es ein faires Spiel war. Ich habe schon gewusst, dass es heute schwer wird, aber dass es so schwer ist, habe ich nicht gedacht. Das war wirklich ein brutal schweres Spiel für uns. Insofern, dass wir sehr viel Kraft einsetzen mussten, sehr viel Aufwand gegen den Ball einsetzen mussten, wo ich denke, dass wir die erste Halbzeit schon sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Unser Matchplan ist sehr gut aufgegangen. Und die zweite Halbzeit hat mein Kollege, ich weiß nicht, Kollege oder Freund, was ich sagen soll, aber Kollege sei jetzt mal sehr formell so, hat umgestellt und da haben wir ein bisschen die Linie verloren. Da haben wir nicht mehr so diesen Zugriff. Es war auch zu erwarten, dass die Mannschaft von Osnabrück die zweite Halbzeit den Druck erhöhen würde. Und es ist auch genau so passiert. Da haben wir in einer oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, ohne Frage. Aber so ist es ja im Fußball. Manchmal kannst du auch das Glück zwingen. Und ich glaube, wenn ich die 90 Minuten sehe, wie meine Mannschaft, beziehungsweise auch Osnabrück natürlich, waren sehr engagierte Mannschaften. Und am Ende sind wir die Glücklichen heute, aber ein tolles Spiel, ein toller Einsatz. Und da kann ich sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung, mit meiner Mannschaft. Und jetzt haben wir nicht so viel Zeit, uns feiern zu lassen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir am Samstag schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben und auf das nächste Spiel konzentrieren. Aber insgesamt, wie gesagt, mit der Einstellung, bin ich auch mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben das Glück gezwungen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dotschef. Jetzt sind wir natürlich auch, deine Sicht, auf das Spiel gespannt. Daniel, bitte. Ja, Glückwunsch erstmal an Pavel und Duisburg zum Sieg. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir hatten direkt eine sehr, sehr gute Möglichkeit durch Simakalla, wo wir in Führung gehen können. Und haben dann so, ja, nach 15 Minuten, finde ich, so ein bisschen den Faden verloren. Haben nicht mehr so viele zweite Bälle gehabt. Haben Duisburg im Spielaufbau nicht so konsequent stören wollen, wie wir das machen wollten. Und hatten dadurch nicht so viele Ballgewinne, wie erhofft. Dass Duisburg dann einfach auch eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Ball ist. Mit einem guten Plan und auch mit vielen guten individuellen Spielern hat man dann gesehen. Ich denke, die Elfmetersituation ist für mich schon so, dass es eher kein Elfmeter ist, muss ich ganz klar sagen. Weil ich es gerade im Video nochmal gesehen habe. Und dementsprechend natürlich für uns bitter so in Rückstand zu geraten. Wir haben dann eine Halbzeit umgestellt von 4-3-3, weil wir da keinen Zugriff hatten auf 4-4-2 Raute. Und es hat viel besser geklappt. Wir sind super aus der Halbzeit gekommen. Dadurch natürlich auch das Stadion dann direkt hinter uns gekriegt. Haben viel Druck erzeugt. Haben durch den Elfmeter den Kopfball an den Pfosten. Und ich glaube noch zwei Situationen in der Box, wo wir auch ein Tor machen können, wenn nicht sogar machen müssen. Eine Vielzahl wieder an Chancen gehabt. Und ja, ähnlich wie Samstag natürlich, wenn Du vorne kein Tor machst, kannst Du kein Spiel gewinnen. Und das ist sicherlich das, was wir uns heute dann auch an Kritik gefallen lassen müssen. Dass wir es nicht geschafft haben, hier ein Tor zu erzwingen. Aber so wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gespielt hat, so stelle ich es mir vor. Wir waren sehr leidenschaftlich. Es war ein tolles Fußballspiel mit vielen Emotionen. Pavel hat davon gesprochen. Und ja, nochmal Glückwunsch an Duisburg. Und ja, wir werden jetzt die nächsten Tage natürlich auch nutzen, um es aufzuarbeiten, um auch die Köpfe hochzunehmen. Das ist ganz wichtig in so einer Situation jetzt, dass wir natürlich auch da die Jungs jetzt aufrichten, weil sie natürlich sehr enttäuscht in der Kabine sind. Danke. Vielen Dank auch dir, Daniel. Vielleicht gibt es trotz des Redaktionsschlusses noch Fragen von der Medientribüne. Dann würde ich um ein kurzes Handzeichen oder um direkte Freischaltung. Dann haben wir Johannes Karpitzer von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Scheint gerade die Internetverbindung nicht die beste zu sein. Wir haben nur Brocken verstanden. Gar nichts verstanden. Bis gar nichts verstanden. Vielleicht können die Kollegen einmal aushelfen, die nebendran sitzen. Ansonsten Johannes gerne auch eben per Chat eintippen. Dann stelle ich die Frage stellvertretend. Sonst wechseln wir vielleicht erst rüber zu den Kollegen. Wir sehen dich auch nur eingefroren, Johannes. Aus Duisburg noch jemand. Eine Frage an einen der beiden Trainer. Jochen Knörzer. Ja, ich versuche es mal. Hört man mich? Wir können Sie verstehen. Hört man mich? Wir können Sie verstehen. Gut. Pavel Dotschev, Sie waren nach Saarbrücken tatsächlich überrascht von der Nichtleistung Ihrer Mannschaft. Sind Sie heute positiv überrascht über dieses andere Gesicht? Oder haben Sie damit gerechnet? Ich habe damit gerechnet, weil ich weiß, dass meine Mannschaft das einfach drauf hat. Und deswegen war ich in Saarbrücken überrascht. Weil das war tatsächlich ein kollektiver Versagen. Und das war mir wichtig, heute, dass wir Reaktionen zeigen. Das habe ich immer wieder gesagt. Und die Einstellung hat super gepasst. Natürlich haben wir noch Defiziten, sowohl auch spielerisch, auch körperlich. Weil die Mannschaft aufgrund, haben wir jetzt unmittelbar nach dem Spiel, auch uns zu unterhalten mit der Nichtvorbereitung, was wir gemacht haben. Da haben wir natürlich auch zum Schluss einige Spieler gehabt, die schon Krämpfe hatten. Und das ist auch so eine Sache, wo wir vom Spiel zu Spiel auch noch wachsen werden, noch weiter Substanz haben werden. Aber für mich war die Reaktion genau die richtige. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Und das Ergebnis kommt noch obendrauf. Ich habe vor dieser englischen Woche gesagt, wenn wir, weil ich muss auch sagen, dass ich riesen Respekt habe von unseren Gegnern. Auch heute Osnabrück, muss ich auch sagen, Top-Mannschaft. Also ich muss ehrlich sagen, das war schon eine absolute Herausforderung heute für uns hier zu überstehen. Ich habe gesagt, vier Punkte zu holen, dann werde ich zufrieden sein. Heute haben wir drei Punkte geholt. Wenn wir in Magdeburg noch einen Punkt holen, dann bin ich voll im Plan. Aber die Reaktion war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und da freut mich natürlich als Trainer. Dann stelle ich nochmal die Frage von Johannes Kapitzer. Stellvertretend, es ging so in die Richtung, ob es eine Art Déjà-vu ist für dich als Trainer, jetzt vor dem Hintergrund des letzten Spiels, gegen wen? Ja, kann man so sagen. Und dann gab es noch die Anschlussfrage, warum es Timo Bermann letztlich dann nicht in den Kader geschafft hat. Naja, wir haben ja davon gesprochen, dass heute Morgen dann noch ein Belastungstest gemacht werden sollte. Da war es schon so vor dem Training, dass er sich nicht optimal, nicht gut gefühlt hat. Und ja, wir haben dann kommuniziert, dass es dann natürlich auch keinen Sinn macht, dass er im Kader steht. Und dann die letzte Frage ebenfalls von Johannes Kapitzer. Die Szene vor dem Elfmeter, waren Lukas Guganik und Charles Simakala zusammen. War Guganik als Schütze vorgesehen? Ja. Klare Frage, klare Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich bei den Medienvertretern fürs Zuschalten bei beiden Trainern hier oben natürlich für die Zeit. Unseren Gästen aus Duisburg eine angenehme Heimreise und alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Und auch schöne Grüße natürlich rüber in die Wippräumlichkeiten der Bremer Brücke. Allen zusammen einen schönen Abend. Danke. Danke.